recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge horizon verbinden west hier auf trend 17 tv wir zocken auf der playstation 5 und ich heiße euch recht herzlich willkommen wenn euch das ganze gefällt lasst bitte einen daumen da ganz lieben dank auch noch mal an alle probanten die das letzte mal hier so schön den daumen gericht haben und denen auch noch mit hier das projekt hier mit einem kommentar belohnt haben so leicht kriegst du mich nicht ich höre nicht auf so der liste oi Was ist das denn eben gewesen? So ein Tarnkram? Ah, jetzt ist er wieder weg Wie habe ich das denn gemacht? Das habe ich jetzt auch irgendwie nicht gerallt Das ist ja geil Wahrscheinlich eine von meinen neuen Fähigkeiten hier Wollen wir es nachher noch unbedingt nochmal ausprobieren So Wo komm du Wir lassen uns nicht aufhalten So So Ja Oh ja Oh ja Die Fische sehen ja geil aus. So, das kann man alles gut gebrauchen. Okay, lasst mal wieder hoch. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Okay, besser. Oh, der ist aber schnell. Alter, fahr weiter. So, komm, komm. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Oh. 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 Die sind ganz schön stark, mein lieber Schwan. Oh. 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 Ich brauche nichts als eine Klick. Okay, Planänderung. Oh, sind die schwer. Mann! Kommt ja gar nicht gegen Antir. So, mal eben. So, habe ich da noch irgendwas? Da habe ich nichts mehr. Auch nichts mehr. Vier habe ich da noch. Frostsprengschleuder. Nehmen wir die mal. So, der war schon mal geil, würde ich sagen. Wow, was ist das denn für ein geiler? Äh, da. Da fahren wir ja. Jawoll. Nice. Ich muss auch alles alleine machen hier. Die können ja alle nichts hier. Da war wohl nichts. Alter, Schwede sind die schwer. Killen. So, ich muss jetzt sehen, dass ich mal Gesundheit kriege hier irgendwo. Jetzt bin ich gleich tot. Das ist hier irgendwo Gesundheit. Ich habe nichts mehr. Da komme ich nicht hin, Aloy. Ich sehe hier nichts an Gesundheit. So, ich bin nämlich gleich weg vom Fenster hier. Da war der ganze Kampf umsonst. Erledige die Maschinen. Ja. Genau. Und hier liegt eine einzige Heilpflanze. So, da ist Sue. Ich glaube, wir haben es jetzt endlich, war. Meine Güte. Meine Güte. Da ist irgendwas. Kann ich das benutzen? Den kann ich nicht pflücken. Da ist noch was. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Ich könnte mal ein bisschen Gesundheit wieder gebrauchen, Schätzelein. Das ist so ein heftiger Kampf. 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 Herstellen ändern. Ich bin nur Rohstoffe. Schnellreisepaket. Individend. So, bestätigen. Mögen die Landgötter unser Eindring vergeben. Wart, das krieg ich schon hin hier. Oh, hier ist die durchsichtige Wand. Oh, da kommen wir gar nicht durch. Da kommen wir gar nicht durch. Wir folgen dir, Aloy. So. Wo muss ich jetzt weiter her? Ach, hier geht's. Ach, hier muss ich Fokus. Ah, okay. Hier oben. So, kann ich erstmal wieder Heilung vormachen. Cool. Hier runter, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was meint ihr? Äh, ich hab keine Ahnung. Was ist denn hier? Aber da war es, glaube ich, richtig, oder? Komm, wir kommen auf der anderen Seite wieder raus. Darüber. Guck, ob das geht. Das geht. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und die auch. Erkunde die heilige Höhle. Tja. 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 Was haben wir ja jetzt erkundet, was soll ich hier jetzt noch erkunden? Da komm ich nicht mehr. Da bist du auf jeden Fall hin. Wie es aussieht. Was habe ich denn hier noch Schönes? Was habe ich denn hier noch Schönes? Was haben wir noch? Tarn-Pirscher, mal eben gucken. Ha. Mal eben kurz auf die Zeit schauen, wie weit... Oh, wir sind schon wieder fast am Ende. Ich hätte ja jetzt gerne noch rausgefunden, wie das hier weitergeht. Aber wie es aussieht, kommen wir hier so gar nicht weiter. Hm. Die beiden wollen mir auch irgendwie nicht sagen, wo es weitergeht, wie es aussieht. Die rennen mir auch immer hinterher, wie die Eier fallen hier. Hier kommt sie hinterher. Geht einmal... Es geht aber auch einmal hier lang. Ah, ich bin auch blind. Da oben ist auch noch was. Da oben ist auch noch was. Überbrücken. Das kriegen wir noch hin. Um zu verstehen, was darin vor sich geht, brauchst du das hier. Auf die Schläfe. Genau so. An der Tür ist blaues Licht. Ja, da gewöhnst du dich dran. Keine Angst, ich helfe dir. Hör zu, die... Maschinen, gegen die wir kämpfen, sind anders. Gefährlicher. Das heißt, dass hinter dieser Tür etwas sehr Mächtiges auf uns wartet. Das uns tot sehen will. Dann los. Wir müssen den Kern dieses Orts finden. So, mein Lieben. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Hier geht es super spannend weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bon tschau. Ciao, ciao.